Wir verlieren uns zu oft in der Tiefe der Gewässer, denn diese machen das Abkühlen der Gemüter leichter und besser. Doch manchmal drohen wir unter der Oberfläche zu verschwinden und trotz lauter Hilferufe einsam und alleine zu ertrinken. Doch warum gehen wir in die Gewässer, wenn wir uns dem Risiko bewusst sind? In der Hoffnung, dass die Temperatur dort unten für uns stimmt. Denn entweder erleben wir nur die kalten Herzen oder entflammende Diskussionen oder viele andere von der Temperatur beeinflusste Situationen. Und manche bringen diese Quelle nun zum Überkochen und lassen die Luftblasen auf der Oberfläche pochen. Vielleicht ist es schlimmer, ins kalte Wasser geworfen zu werden, doch schmerzhafter ist es, in der brodelnden Quelle zu sterben. Doch das Gemüt und unsere Stabilität trägt dazu bei. Und manchmal werden aus den 180 Grad unseres Kreises 360 Grad fahrenheit. Doch manchmal funktioniert die Umrechnung nicht ganz und wir werden dadurch nur noch kaltherzig behandelt und durch den ewigen Frost krank.